Hallo, ich bin Kai-Chan Schwiele für das Beak Magazin und in diesem Video geht es um die neuen Big Knobs von Mackie, einer Serie bestehend aus drei Monitor-Controllern für das Studio. Und ich werde hauptsächlich auf das größte Modell, den Big Knobs Studio Plus, eingehen und dann anschließend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen Modellen erläutern. Und weil der Big Knobs Studio Plus so komplex ist, kann man daraus auch ganz viel Allgemeinwissen zum Thema Monitor-Controller ableiten. Viel Spaß! In diesem Video werde ich mich hauptsächlich mit dem Big Knobs Studio Plus von Mackie beschäftigen, aber ich will zunächst einmal dieses gesamte Big Knobs Geschehen einordnen. Mackie Big Knobs, das ist ein Monitor-Controller, den es schon ziemlich lange auf dem Markt gibt und der wurde jetzt aufgefrischt und besteht nun aus drei Big Knobs Modellen, die eben komplett neu sind. Der Big Knobs Passive, dann der Studio und der Studio Plus. So, wozu braucht man einen Monitor-Controller? Vereinfacht gesagt, kann man damit mehrere aktive Studio-Monitore in der Lautstärke zentral regulieren. Und darüber hinaus gibt es noch ganz viele tolle, flexible Möglichkeiten, weshalb das so eine Art kleine Studio-Zentrale ist. So, und es gibt eigentlich zwei Lager bei Monitor-Controllern. Es gibt einmal die passive Variante und es gibt die aktive Variante. Die passive Variante, wie jetzt hier dieser Big Knobs Passive, kommt ohne Strom aus. Das heißt, ich brauche keinen Netzteil und damit kann ich die Lautstärke von den Studio-Monitoren lediglich absenken und nicht verstärken. Das Problem bei dieser passiven Variante ist, dass ich jetzt nicht mehrere Studio-Monitore gleichzeitig betreiben kann, sondern immer nur ein paar und eben nicht mehrere, weil das eben auf diese passive Bauweise zurückzuführen ist. Wenn ich allerdings mehrere Eingangsquellen und mehrere Monitore gleichzeitig betreiben will, dann brauche ich eine aktive Variante und da sie aktiv ist, braucht sie einen Netzteil. Der Vorteil ist, wenn man hier schon mit Strom arbeitet, kann man natürlich ganz viele tolle Finessen einbauen und davon gibt es genug. Und die will ich euch anhand des großen Modells Big Knobs Studio Plus vorstellen. Okay, jetzt können wir die Big Knobs Serie so ein bisschen einordnen und nun geht es ans Detail. Ja, der Big Knobs Studio Plus, der erlaubt das Anklemmen von drei Monitor-Lautsprecherpaaren. Und damit die Lautsprecher, also die drei Monitor-Lautsprecher, die hier zum Beispiel in meinem Produktionsraum sind, damit die alle auch so mit der gleichen Lautstärke arbeiten, kann ich die hier entsprechend anpassen. Die Lautsprecher kann ich natürlich alle dann einzeln an- und ausschalten. Sie können aber auch alle gleichzeitig laufen, kein Problem. Und die zentrale Lautstärke-Regulierung erfolgt dann hier über diesen schicken Big Knob, daher auch der Name, weil der Drehregler so groß ist. Und direkt unter dem Big Knob sind so Standardfunktionen, wie dass ich das Signal mal auf Mono gegenchecke, um zu schauen, ob da Phasenschwierigkeiten sind. Dann kann ich das Signal stumm schalten oder ich kann es um 20 Dezibel mal eben absenken. Ja, das sind jetzt so drei Ausgänge. Es gibt allerdings insgesamt fünf. Hier sehen wir noch den Studio-Outs. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier in meinem Produktionsraum und in meinem Aufnahmeraum habe ich auch noch eine Anlage stehen, wo ich auch noch mal ein Signal hinschicken möchte und das unabhängig von diesem Big Knob kontrollieren möchte. Dann kann ich eben über diesen Studio-Outs rausgehen und die Lautstärke hier entsprechend regulieren. Das Signal auch eben an- und ausschalten. Das war jetzt der vierte Ausgang. Und der fünfte Ausgang, der hat keinen Lautstärke-Regler zur Verfügung, sondern der gibt das Signal mit voller Kraft raus. Und das kann ich zum Beispiel nutzen, um einen Kopfhörer-Verstärker anzuspielen. Also das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Oder ich nehme einfach das gesamte Signal, was ich hier rausgebe, nochmal extern bei einem Aufnahmegerät auf. So, kommen wir nun zu den Eingängen und einem ganz besonderen Feature. Hier links zählen wir insgesamt eins, zwei, drei, vier Stereo-Eingangspaare, die ich in diesem Big Knob einspeisen und auch abhören kann. Ja, und ganz normal sind natürlich die hier in der Mitte, drei, vier, fünf und sechs. Denn das sind einfach meine ganz normalen Stereo-Quellen, die ich hier einspeise und abhören möchte. Das könnte jetzt zum Beispiel Studiorechner 1 und Studiorechner 2 sein. Die kann ich natürlich gleichzeitig abhören oder eben getrennt voneinander. Und ich kann auch hier mit den Eingangspegel regulieren. Ja, und bevor ich es vergesse, für Kanal 5 und 6 gibt es hier auf der Vorderseite noch einen weiteren Anschluss. Und zwar für das Smartphone in eben Mini-Klinken-Format. Das ist halt auch nochmal eine ganz praktische Sache. Soweit so gut, alles ganz normal, wie man es halt irgendwie auch erwarten würde. Interessant sind jetzt hier diese beiden Knöpfe. Damit aktiviere ich nämlich das integrierte USB-Audio-Interface. Das heißt, hier steckt jetzt noch ein waschechtes USB-Audio-Interface mit drin, was ich eben per USB mit dem Rechner verbinden kann. Und ab dann kann ich natürlich in meiner DAW, wie jetzt beispielsweise Ableton Live, hier den Mackey Big Knob Studio Plus als ASIO-Treiber nutzen. Und ab dann stehen mir zwei Eingangskanäle und vier Ausgangskanäle zur Verfügung. Und das Schöne ist, dass die Wandlung bei maximal 24 Bit und 192 Kilohertz erfolgen kann. Das heißt, ich habe ja auch echt eine super Qualität. Naja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier eine Spur anschalte und den Ausgang auf 1.2 rute, dann kann ich mir eben das beim Mackey Big Knob als Audioquelle anwählen und entsprechend abhören. Das bezieht sich jetzt aber nur auf den USB-Ausgang 1.2 und der USB-Ausgang 3.4. Der wird nur in den Kopfhörerweg eingeschliffen, den ich mir dann entsprechend hier zugänglich machen kann. Das heißt, ich kann von der DAW letztendlich zwei unabhängige Mixe in den Big Knob einschleifen und von dort weiter verteilen. Wenn wir jetzt hier schon Audio-Interface haben, dann macht natürlich auch links hier diese Eingangssektion Sinn. Denn das hier sind jetzt kombinierte Mikrofon-Line-Instrumenten-Eingänge, die mit Onyx-Mikrofon-Vorverstärker arbeiten. Das macht bei einem normalen Monitorkontroller natürlich gar keinen Sinn. Also warum will ich da jetzt ein Mikrofon anklemmen, wenn ich das Ganze nicht aufzeichnen kann? Da ich aber ein USB-Audio-Interface drin habe, kann ich natürlich die Signale, die hier reinfließen, auch in meiner DAW aufzeichnen. Und das Tolle ist, dass Mackey jetzt hier mit diesen Onyx-Mikrofon-Vorverstärkern baut. Denn Mackey-Nutzer werden diese auch von den Mischpulten kennen und werden auch wissen, dass man an denen auch einfach nichts auszusetzen hat. Das heißt, das ist jetzt hier nicht nur so ein Gimmick, das sind Mikrofon-Vorstärker, mit denen man wirklich arbeiten kann. Für mich in der Praxis heißt das jetzt, ich kann ja zum Beispiel ein Kondensatormikrofon anklemmen, was eine Phantomspeisung braucht, schalte ich an, damit nehme ich meine Sprache auf. Dann kann ich hier noch ein E-Bus anklemmen und diese beiden Signale kann ich in meiner DAW aufzeichnen. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man sich einen Monitorkontroller kauft und auf einmal auch seine kleine Studio-Session damit aufzeichnen kann. Ich werde gleich noch was zu dem USB-Audio-Interface verraten, denn da hat Mackey noch eine sehr sinnvolle Lösung eingebaut. Doch zunächst gehe ich mal weiter nach unten zu der Kopfhörer-Sektion. Man kann hier sehen, dass wir insgesamt zwei Kopfhörerausgänge unabhängig voneinander hier bei dem BigNob Studio Plus drin haben. Und das Tolle ist, dass ich hier auch einen unabhängigen Kopfhörermix anlegen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kopfhörer 1 auf und möchte einfach nur das hören, was ich auch hier über die Lautsprecher ausgebe. Das heißt, dieser Button steht einfach oben und gibt das Master-Signal wieder. Mein Studiopartner hingegen soll einen anderen Kopfhörermix bekommen. Das heißt, ich drücke hier mal auf Queue und jetzt kann ich mir insgesamt in dieser Queue-Source-Sektion drei Quellen raussuchen. Hier in der Mittenstellung kann ich Sources in den Kopfhörerweg einschleifen. Sources, das betrifft alle Eingänge, die ich hier eben aktiviere. Die kann ich eben in den Kopfhörermix einschleifen. So, links und rechts, dort kann ich Quellen in den Kopfhörermix einschleifen, die ich als Produzent nicht über meine Lautsprecher höre. Das ist einmal der Aux-Mix, das heißt, das ist ein externer Stereo-Eingang, wo ich eben eine Quelle für die Musiker anklemmen kann, die nur er über diesen Kopfhörer hört und ich als Produzent nicht über meine Lautsprecher. So, Gleiches gilt aber auch für USB 3.4. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine externe Quelle anklemmen möchte, sondern ich bin eh in meiner DAW und ich will dem eigentlich nur so eine Spur eben in den Kopfhörermix einschleusen, kann ich das über USB 3.4 machen. Denn, ihr habt ja gesehen, in Ableton Live habe ich den Big Knob Studio Plus als Audiointerface angewählt und als Ausgang für meine Tracks kann ich USB 1.2 nehmen und auch 3.4. 1.2 kann ich ja hier als Produzent über meine Lautsprecher wiedergeben, also über diesen USB-Knopf und den Ausgang 3.4 exklusiv nur für diesen Kopfhörerweg. So, also das sind einfach Möglichkeiten, da muss man ein bisschen drüber pennen, dass man auch das wirklich anwenden kann. Ja, da haben wir noch nicht genug, Direct Monitoring. Hier kann ich sagen, der Musiker hört erstmal nur das Queue-Signal, also alles, was ich hier anwähle. Ich kann das aber auch mischen mit den Eingängen. Also, wenn ich jetzt an dem Eingang zum Beispiel die Gitarre angeklemmt habe von dem Musiker, dann kann er seine Gitarre latenzfrei über den Kopfhörer hören, gleichzeitig aber auch eben das Queue-Signal, was ich hier angewählt habe. Ja, also das Kopfhörermixing ist auf jeden Fall echt ein bisschen komplizierter, aber im positiven Sinne, weil man kann damit einfach sehr viele schöne, unabhängige Kopfhörermixe erstellen. Die vorletzte Funktion betrifft das Talkback-Mikrofon. Hier ist ein integriertes Mikrofon, die Lautstärke kann ich hiermit regulieren und das Mikrofon kann ich entweder in das Master-Signal oder in das Queue-Signal einschleifen. Und das ist eben dann sinnvoll, wenn ich jetzt über die Lautsprecher meinen Musikern noch ein paar Anweisungen geben will. Dann drücke ich eben auf den Knopf, spreche da was rein und alle hören das. Naja, und wenn ich jetzt sage, dass die Qualität von diesem Mikrofon mir echt gar nicht genügt, dann kann ich auf der Rückseite noch ein externes Mikrofon anklemmen. Das ist auch der Unterschied zum Big Noob Studio. Der hat nämlich dieses festverbaute Mikrofon und ich kann kein externes Talkback-Mik anschließen. Die letzte Funktion ist meiner Meinung nach auch die spannendste, denn das betrifft die Loopback-Funktion von diesem Audio-Interface. Ja, Loopback, was heißt das? Das bedeutet, dass ich das gesamte Signal hier wieder reinschicken kann. Und was bringt mir das? Ich kriege eine Feedback-Schleife und meine Lautsprecher explodieren. Nicht ganz. Das ist dann sinnvoll, wenn ich jetzt alles, was hier rausgeht, wenn ich das jetzt extra aufnehmen möchte, wie beispielsweise in einer Video-Software. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt ein YouTube-Video machen, wie ich in Ableton Live irgendwelche Beats bastle. Und das will ich natürlich kommentieren. Was brauche ich? In Ableton Live nehme ich das hier als Audio-Interface und den Sound, den ich in Ableton Live produziere, kann ich auch über meinen Lautsprecher hören. Soweit, so gut. Dann nehme ich ein Mikrofon, klemm das hier an einen von den beiden Eingängen ran und ich kann meine Stimme auch noch mit aufzeichnen bzw. einspeisen. So, und dieses ganze Signal, was ich produziere samt Sprache und Ableton Live, das muss jetzt in meine Video-Aufnahme-Software reingehen. Das heißt, in der Video-Aufnahme-Software muss ich nur den hier als Audio-Interface angeben und als Eingang, Eingang 1 und 2 wählen, denn an diesem Eingang läuft automatisch die gesamte Summe vom Big Knob dort wieder rein zurück. Das heißt, ich kann das Ganze schön in meiner Video-Software aufnehmen. Ich habe dann hier allerdings noch einen Umschalter, wo ich eben bestimmen kann, ob die gesamte Summe von meinen ganzen anliegenden Eingängen via Loopback zurück in diesen Audio-Interface-Eingang geschickt wird oder ob ich nur die Mikrofone in den Eingang zurückführen möchte. Ja, also die Loopback-Funktion, zugegeben, klingt in der Theorie ein bisschen abstrakt, aber die Funktion braucht man meistens dann, wenn man Routing-mäßig irgendwie Kopfschmerzen bekommt. Dann ist die Loopback-Funktion aus meiner Erfahrung immer das, was ich dann brauche und das hat eben dieses Audio-Interface mit drin. Ja, zu guter Letzt will ich noch was zur Verarbeitungsqualität loswerden und zwar muss ich Mackey hier loben, denn gut, ich weiß jetzt nicht, ob das alles in einem Jahr auch noch so toll aussieht, aber der erste Eindruck ist wirklich klasse. Das sind so kleine Details, zum Beispiel das Netzteil, das hat hier eine Arretierung, das heißt, ich kann das Netzteil hier nicht versehentlich rausziehen. Das ist auch einfach, keine Ahnung, das sind halt so schöne Details, die Spaß machen. Ja, das Gehäuse, das ist einfach Stahl, das ist robust und das sitzt auch rutschfest, das ist auch schon super. Dann der B-Knop, der lässt sich sehr angenehm regeln, also das ist jetzt hier, das läuft butterweich, ich habe jetzt hier keinen Haken, kein Kratzen und der Gleichlauf ist vor allen Dingen auch sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mich von unten nach oben hoch arbeite, die Lautsprecher geben die Signale auch wirklich am Pegel gleich wieder. Es gibt keine Differenzen, dass der linke Lautsprecher irgendwie lauter klingt als der rechte und dass die sich erst mit der Zeit einpegeln. Das funktioniert ja wirklich wunderbar. Dann die Taster, die finde ich besonders toll, denn ich hatte gerade erst vor drei Wochen einen Monitor-Controller, den musste ich zurückschicken, vielleicht war es ein Montagsgerät, da sind die Taster immer stecken geblieben. Das war total dämlich, weil wenn ich da irgendeinen Knopf drücke, dann sind die einfach stecken geblieben und ich musste sie da irgendwie wieder rausziehen. Egal, also das gefällt mir hier auch, deswegen bin ich hier gerade sehr zufrieden mit. Und diese ganzen Drehregler, die haben auch alle den gleichen Widerstand. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Ich konnte auch jetzt kein Kratzen feststellen. Also ich hoffe einfach mal, dass dieser Verarbeitungseindruck sich auch über die Jahre noch behaupten kann. Der erste Eindruck hier ist wirklich klasse. Und das betrifft auch die anderen Modelle. Denn selbst zum Beispiel diese Budget-Variante, also der Regler fühlt sich halt genauso an. Und die Taster, also hier kann ich echt nicht meckern. Ja, jetzt habe ich mich ja nur mit dem Studio Plus Modell auseinandergesetzt. Und man will natürlich auch wissen, was denn die Unterschiede zu dem mittleren Modell sind. Vielleicht ist das ja jetzt das richtigere Produkt für mich. Also zunächst einmal gibt es hier das integrierte Talkback-Mikrofon. Und bei dem Plus Modell gibt es das auch. Plus die Option, dass ich auch noch ein externes Talkback-Mikrofon anklemmen kann. Ja, eingangsausgangseitig gibt es natürlich Unterschiede. Bei dem Studio Plus Modell kann ich drei Ausgangspaare anklemmen, also drei Monitorpaare. Und bei dem Studio Modell nur zwei. Eingangsseitig kann ich vier Stereo-Quellen in das Monitoring einbeziehen. Und beim Studio Modell habe ich lediglich drei Stereo-Quellen zur Verfügung. Ja, ein wirklich sehr großer Unterschied macht das Kopfhörer-Monitoring. Denn beim Studio Plus habe ich zwei Kopfhörerausgänge, die immer mit dem gleichen Signal befeuert werden. Bei dem Studio Plus Modell kann ich hingegen unabhängige Kopfhörermixe erstellen. Außerdem gibt es ja noch das Audio-Interface. Das hat bei dem Big Knob Studio Plus insgesamt vier Ausgänge und zwei Eingänge. Und beim Studio habe ich zwei Eingänge und zwei Ausgänge. So, der wesentliche Unterschied ist, dass ich den Ausgang 3-4 von dem Interface auf den Kopfhörermix legen kann. Das heißt, hier kann ich wirklich einen sehr unabhängigen Kopfhörermix fahren, während ich hier einfach nur für beide Kopfhörer immer das gleiche Signal habe. Also wenn man jetzt einen sehr flexiblen Monitor-Controller inklusive Audio-Interface sucht, dann sollte man sich den Studio Plus mal anschauen. Wenn man einen Monitor-Controller mit Audio-Interface, aber weniger flexiblen Routing-Möglichkeiten sucht, dann sollte man sich den Studio mal anschauen. Ja, und wenn man einfach einen schnörkellosen Monitor-Controller ohne Schnickschnack sucht, dann könnte der Passive die richtige Wahl sein. Ja, das war ein sehr langes Video. Deswegen lasse ich mir auch mit dem Outro ein bisschen mehr Zeit. Nein, Scherz. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel zum Thema Monitor-Controller und natürlich speziell zum Big Knob Studio Plus lernen. Aber wie auch am Anfang schon erwähnt, wenn man den verstanden hat, kann man sehr viel zum Thema Monitor-Controller im Allgemeinen ableiten. Deswegen war es mir wichtig, hier mal wirklich alles genau zu erklären. Denn man denkt vielleicht, Monitor-Controller, ja, was soll man da jetzt so eine Wissenschaft draus machen, Lautstärkeregler für Monitore und dann hat sich das. Ne, habt ihr ja gesehen. Also es ist schon ein bisschen komplexer. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst auch mal Feedback und ja, abonniert auf jeden Fall unseren Videokanal. Dort gibt es immer fleißig neuen Stoff. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.